Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zeppoplay The Dark Souls prepared to die Edition New Game Plus und ich habe Eier auf dem Kopf, wie ihr seht, deswegen bekommen wir jetzt, wenn wir diesen NPC hier ansprechen, eine besondere, also wir können dann bei ihm einkaufen, glaube ich, naja. Oh, dear, was haben wir hier? Sind Sie ein neues Servant? Ja, natürlich. Ha, keine Ahnung. Geh zusammen und haben die Zuschauer mit unserer verehrten Frau. Ich hoffe, dass Sie Ihre Begriffe haben. Warum nicht das versuchen? Ich habe es keinen Sinn mehr an. Und ein Ei-Beseitiger. Oh, hallo. Was ist es, was Sie brauchen? Ich glaube, ich habe ein bisschen was verkackt mal wieder. Ähm, draußen ist ja normalerweise eine NPC in. Die ist jetzt allerdings nicht da. Und das Problem ist, ich habe schon dieses andere Monstervieh gekillt, bevor ich mit der gesprochen habe. Was jetzt dazu führt, dass ich Ihre Storyline nicht mehr komplett kompletten kann und mir deswegen ein Pyro-Zauber durch die Lappen gegangen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ich weiß leider nicht genau, welcher Pyro-Zauber, aber so wie es ausschaut, kann ich das frühestens im NG++ nochmal machen. Da freue ich mich ja drauf, dass ich dann da nochmal mindestens bis hierher spielen darf und einen Pyro-Handschuh upgraden muss. Naja. Was soll der jetzt? So, wir können unseren normalen Helm... Achso, nee. Den können wir nicht mehr aufziehen. Jetzt können wir allerdings die Eier von unserem Kopf runter machen. Und danach sollte uns dieser Händler da drüben trotzdem nach wie vor die Sachen verkaufen. Gucken wir doch mal. Hallo? Oh, was ist das? Genau, er verkauft uns immer noch die Pyro-Mantie-Zauber, die wir noch nicht haben. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay, dann ziehen wir uns natürlich wieder den Elite-Rituellen plus neun auf. Und bevor wir mit der alten da drüben reden, brauchen wir natürlich den... Ähm... Ich weiß gar nicht, ob man ihrem Eid beitreten muss. Ich bin grad im weißen Pfad, aber den weißen Pfad haben wir eigentlich eh verraten. Deswegen dürfte es egal sein. Ich glaub, den alten Hexenring muss man anziehen. Ich glaube tatsächlich den hier. Ja, ihr habt grad gesehen, das Ding hat gesprochen. Das letzte Mal hat das nicht gesprochen. Äh, wenn man eben diesen alten Hexenring anzieht, kann man mit ihr reden. Ähm... 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 Ich sag mal Sophie, ich hab deine Schwester getötet. Sorry. Ich musste leider hier durch. Ja, das... Ich hab dich, dear sister, aber promise me... Ich hab dich, dear sister, aber promise me... Ich hab dich, dear sister, aber promise me... Ähm... Äh... Äh... Was ein bisschen seltsam ist. Wieso, weshalb, warum? Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls werden wir uns jetzt... Ähm... Raus machen hier aus dem Gebiet. Und... Ha, ich weiß noch gar nicht. Also wir müssen in Richtung Sens Festung gehen. Ähm... Die Frage allerdings ist, ähm... Ob ich davor nicht noch einen Abstecher machen sollte. Und zwar in den Wald. Den Eid dort annehmen und so weiter. Hm... Äh... Das ist alles sehr kompliziert. Es gibt nämlich... Äh... Ich glaube vier Eide, denen ich noch beitreten kann, muss, will, soll. Ähm... Da ich... Dass ich dann bei allen Eiden mal war. Und ähm... Es gibt ein paar Eide, die ich auch hochleveln muss. Beispielsweise... Den Dracheneid muss man, glaube ich, äh... 30 Drachen, äh... Dann bekommt man da was Tolles. Dem Eid da unten, was wir später machen werden, muss man, glaube ich, 30 Menschlichkeit geben. Dann bekommt man einen super Pyrospell. Ähm... Ritter Soler. Dafür muss ich ein bisschen Koop spielen. Das werde ich in Anno Londo machen bei Ornstein und Smug. Es gibt noch einen Haufen Sachen eben, die ich, ähm... Die ich nicht vergessen darf. Das ist tatsächlich... Also... Ich sag mal so, in diesem Spiel kann man so viel vergessen. Das ist nicht mehr normal. Also ich kenne kein anderes Spiel, bei dem man so drauf achten muss, wo... Wo man wann hingeht. Ähm... Damit man nicht zu was gisst. Und ich habe, wie gesagt, schon, äh... Was verpasst. In diesem Playthrough. Hier ist ja normalerweise eine... Oder nicht normalerweise... Eine Pyrohändlerin. Und es gibt zwei Möglichkeiten, ähm... Was ich... Gehört habe, die zu spawnen zu lassen. Die erste Möglichkeit ist, eine Pyroflamme... Auf plus 15 zu bringen und die dann abzugraden auf eine verbesserte Pyroflamme. Ich weiß gar nicht, wie die... Alter! Nicht dein Ernst, ne? Ich weiß grad gar nicht, wie die verbesserte Pyroflamme dann heißt. Erweiterte Pyroflamme oder irgendwie sowas. Und dann kann man, äh... Wenn man dann so eine erweiterte Pyroflamme hat, dann erscheint die Händlerin dort. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist dann super. Und dann freuen sich alle und man tanzt Ringerei. Und alle sind glücklich. So, ähm... Jetzt sind wir eigentlich schon mit Schandstadt fertig. Wir müssen später... Nochmal zurückkommen, um... Äh... Ein paar Dinge hier noch zu machen. Und vor allem müssen wir ja später auch nochmal... Ähm... In die große Lehre gehen, um dort, äh... Die Quest von einem anderen Kumpel zu beenden. Wen werde ich nicht verraten. Die meisten Leute werden schon wissen, welche Quests man da beenden muss. Also die meisten Leute, die, ähm... Schon ein bisschen mehr Dark Souls gespielt haben und Dark Souls Erfahrung haben. Werden wissen, was ich dann am Ende in der großen Lehre machen will. Äh... Neben dem Dracheneid. Ähm... Das wird später alles noch kommen, wenn ich nichts verkacke. Was durchaus möglich ist. Was durchaus möglich ist. Ähm... Ja, hier nach oben dauert immer ein bisschen. Und da ist irgendwie so ein Toxic-Schieß-Typ, der auch gar nicht nervig ist. Aber... Ähm... Das ist mir egal. Die Feuerhüterseele brauchen wir ja nicht mehr. Und der trifft glücklicherweise nicht. Ähm... Der ist ultra nervig, der Typ. Man könnte den auch einfach schnell töten, aber... Das ist mir jetzt nicht, äh... Die Zeit wert, da den kaputt zu machen. Ähm... Ähm... Doch, habe ich gesagt. Okay. Äh... Wenn ich da oben bin, werde ich verborgener Körper benutzen. Und dann an den, äh... Riesenviechern da... Vorbei rennen schnell. Wir wollen nämlich ganz schnell zum... Feuerband schreien. Ähm... Dort sollte nämlich auch ein weiteres Event passiert sein. Was genau werden wir sehen, wenn wir dort sind. Achso, was ist denn dieser Kiste hier drin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß, dass es keine Mimik ist. Ähm... Ach, Neulon-Orienschlüssel. Ja gut, den brauchen wir nicht mehr. Äh... Das Problem, das ich jetzt habe, ist... Mein verborgener Körper wird nicht sonderlich lange halten. Wahrscheinlich werden die mich... Äh... Wird das mitten... Wenn ich mitten zwischen den allen stehe, äh... Aufhören oder so. Das hält nur irgendwie, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so. Nicht... Nicht sonderlich lange zumindest. Also mit einem verborgenen Körper kann man nicht ewig lange, äh... Äh... Abhauen. Ja, jetzt könnte ich ihn schon wieder neu casten. Das waren vielleicht 30 Sekunden oder so, was der gehalten hat. Nicht der längste Spell der Welt. Aber, äh... Ganz gut, um irgendwie an solchen Spots vorbeizurennen. So. Das haben wir noch nicht gemacht. Gut, gut. Äh... Es gibt so viele Sachen echt, an die man denken muss. Damit man hier echt keine Quests liegen lässt. Damit man, äh... Weiß ich nicht. Das finde ich schon ziemlich sick. Vor allem später, wenn man teleportieren kann. Äh... Gibt's einfach so viele Dinge, die man... Vergessen kann. Zum Beispiel die Seele hier. Ne, die Seele meine ich jetzt natürlich nicht, aber... Naja, ihr wisst ja, was ich meine. So... Äh... Ich hab ein bisschen Angst gerade. Ich bin ja noch menschlich. Und... Da, wo ich jetzt hingehe, ist nicht, glaube ich... Nicht sonderlich gut, dass ich menschlich bin. Ähm... Wobei ich gar nicht weiß, ob das da... Natürlich. Ja. Da, wo ich als nächstes hingehen will, ist das absolut beschissen, dass ich menschlich bin. Wenn ich da nicht inversioniert werde, dann weiß ich halt auch nicht. Das wäre unwahrscheinlich, dass ich nicht inversioniert werde. Aber erstmal schauen wir dann, was am Feuerbanschreien passiert ist. Wer weiß. Ich weiß es nicht. Oh Wunder, oh Wunder. Huch! Was haben wir denn hier? Einen Drop. Hm... Eine schmutzige Kapuze, schmutzige Robe, schmutzige Handschuhe und ein blutbefleckter Rock und ein schwarzer Augapfel. So, was kann denn der schwarze Augapfel? Hm... Schauen wir uns doch mal an das Ding. Das müsste hier relativ weit unten sein, nehme ich mal an. Schwarzer Augapfel... Wo ist er denn? Ich dachte, das wäre ein Nutzgegenstand. Hier. Mystische bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dinge in die Welt des Mörders der Feuerhüterin. Bring in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein. Besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anolondo die Götterstadt. Ja, es sagt uns quasi, wo wir das schwarze Auge benutzen müssen. Nämlich in Anolondo. Das wissen wir jetzt. Und ähm... Da wollen wir sowieso in die Nähe hin. Und jetzt ist hier dieses Bonfeuer kaputt. Naja, reden wir mal mit ihm. Du ringst die zweite Belle? Das ist unglaublich, muss ich sagen. Aber jetzt... Wir haben ein neues Problem. Es ist ruft. Es schmutzig. Es schmutzig. Und seine Wärme ist lethal. Das ist kein Lachen, das sage ich dir. Ja, er redet natürlich über Fram. Das wusste ich beim ersten Mal nicht. Aber es ist sehr interessant. Verdammt. Das ist verrückt. Und ich war wirklich zu Beginn, es zu lieben hier. Vielleicht ist es Zeit, dass ich etwas über ihn mache. Maybe. Vielleicht. sagt noch mal das gleiche. Ja, wenn ich ihn jetzt, also wenn ich jetzt hier weggehe, vom Feuerbahn schreien, wird er irgendwann tot sein. So, jetzt können wir mal eine Runde mit dem guten Frampt reden. Das brauche ich auch gerade dringendst. So, komm mal her, Frampt. Hallo. Ah, ich bin der Prämter, und ich wünsche ihn, hast du es gesehen? Er sagt uns, was wir jetzt machen müssen. Also er hat uns gerade gesagt, dass er uns sagen wird, was wir tun müssen. Und wir hören einfach mal zu, was er uns zu sagen hat. Ups, ich hab's aussehen da gebrochen. Very well. Then I am pleased to share. Chosen und dead. Your fate is to so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the lord vessel. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Ja, du sollst mir bitte graue Brocken füttern. Also er soll mir einmal graue Brocken kaputt machen. Ja. Farewell, chosen und dead. Ich will mal wissen, wie viel man denn da bekommt. Also wie viele große Scherben. Ich hatte glaube ich eine oder zwei. Ja, ich brauche gerade ein paar große Scherben. Ich glaube, ich habe drei große Scherben davon bekommen. Ich werde bei dem noch ein paar ich werde dem noch ein paar mehr Brocken füttern. Zwei Stück werde ich ihm noch füttern. Ähm, der Grund dafür ist dann einfach, ähm, die grauen Brocken sind sehr einfach zu farmen. Ach, da ist unser Pyrotyp. Äh, mit dem werde ich jetzt aber nicht sprechen. Mit dem anderen Typen werde ich auch nicht sprechen. Ja. Ich denke, der nächste Weg ist tatsächlich, ähm, nach, äh, Sands Festung. Und muss mal überlegen. Ja, tatsächlich, Sands Festung ist der nächste Weg. Aber davor werde ich, glaube ich, einen Absträcher in den Wald kurz machen. Und mir den Eid dort holen. Ist, denke ich, ähm, logisch von der Reihenfolge her. Mir den Eid zu holen. Dann muss ich das später nicht nochmal zurück. Und kann es auch nicht vergessen. Außerdem kommt dann, ähm, ich würde unbedingt gerne den einen Ring von Shiva kaufen. Deswegen mache ich das mal schnell. Falls ich gerade wir rede, und ihr keine Ahnung habt, von Dark Souls, ich, äh, rede ziemlich wirres Zeug gerade. Das heißt, man muss nicht so wirklich darauf achten, was ich erzähle. Sondern, äh, das ist eher, naja. Wie gesagt, wirres Zeug teilweise. Ähm, so Gedanken, die ich einfach habe, die ich, äh, äußern werde. Ja, die Frage ist, ob ich durch Sands Festung komplett durchkomme innerhalb von, keine Ahnung, zehn Minuten oder sowas. Wahrscheinlich ja eher nicht. Schauen wir uns mal kurz hier hin. Verlassen das. Äh, ein Stress, ein Stress. Und dann reden wir mit André eine Runde. Und dann, das ist echt, also ich plane gerade tatsächlich, äh, das halbe Playthrough schon im Voraus. Ja, wir wollen Rüstsachen verstärken. Und zwar haben wir jetzt genug, um, genau, das hoch genug zu bringen, dass wir das jetzt mit Brocken weiterleveln können. Das ist schon mal viel wert. Okay, acht, gut, drei graue Brocken, okay. So, Schollen wollen wir nicht verwenden. Dann bringen wir die auch noch auf, Brocken-Niveau. Okay, sehr schön. Ja, ich kann die noch auf Fluss 9 bringen und dann, ähm, müsste ich irgendwann mal Brockenfarben gehen, was ein bisschen ärgerlich ist. Ähm, aber jetzt sind wir definitiv sehr viel stabiler. So, ich muss jetzt wie gesagt ganz kurz in den Wald noch gehen und mir den Eid holen. Dann, ähm, hm, ist eigentlich ziemlich viel Story-technisch passiert in diesem Part. Ähm, ich hab nicht so wirklich verstanden, was diese andere Spinne von uns wollte. Ich weiß nicht, warum die uns, für Kelak, äh, warum die dachte, dass wir Kelak sind. Wahrscheinlich, äh, war das irgendwie wegen dem Ring oder so. Ich hab keine Ahnung. Achso, wir können die nicht one-shotten mit unserer schweren Attacke, was, äh, mit unserer leichten Attacke, was irgendwie ein bisschen ärgerlich ist, weil das eigentlich komplette Trash-Mobs sind. So, wie gesagt, ich muss jetzt, ähm, oder, ich will mir jetzt eben den Katzen-Eid schnell holen und dann später, damit ich, ich muss später sowieso nochmal zurück nach Schandstadt und dann haben wir dann später einen Händler in Schandstadt und, ähm, das ist super und hier ist eine Falle und in die Falle will ich grad nicht reinlaufen, deswegen killen wir den mal schnell einzeln. Stirb! Und du stirbst auch, bitte. Äh, das ärgert mich grad so ein bisschen, dass meine Waffe nicht genug Wumms dahinter hat, um die mit der kleinen Attacke, sag ich mal, zu one-shotten. Das hätte ich mir anders vorgestellt, aber man kann ja nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. So, wir haben schon das Ding hier gekauft, deswegen können wir da schon rein. Und, äh, ich mach mal, ich mach mal den hier. Ist zwar nicht nötig, aber sicher ist sicher. Dann trifft, dann trifft uns, sollte uns jetzt eigentlich nichts, äh, stören großartig. Wir müssten jetzt einfach durchrennen können. Es könnte tatsächlich sogar sein, äh, dass wir es damit schlimmer machen, also schwerer machen, weil uns dann der Typ hier so spät sieht. Normalerweise rennt der vor uns weg. Ich glaub, der hat uns nicht gesehen. Was sagst du? Willst du nicht uns joinen? Oh, ja, ich glaube, wir würden dich gut Ja. Ich bin sehr glücklich. Und jetzt bist du einer von uns. Lass uns ein Kovenant in Anwesenheit eines Phantoms kannst du kein Eid ablegen. Was für ein Phantom. Was sagst du? Willst du nicht uns joinen? Oh, ja. Aye, und in Anwesenheit eines Phantoms kann ich kein Eid abschließen. Bist du dort, Phantom? Ja, dann müssen wir den schnell killen. Ups. Gut, war das das Phantom, das uns gestört hat, hier unseren Eid abzulegen? Ich hoffe mal nicht. So. Hallo Kätzchen, ich hab gerade einen deiner Kumpel getötet. Lass uns einen Eid eingehen. Wieso? Das ist doch kein Phantom hier. Hä? Ich versteh's nicht. In Anwesenheit eines Phantoms kann ich kein Eid ablegen. Hä? Wat? Wieso? Weshalb? Warum? Ich könnte mal gucken, ob ich gerade invasioniert. Ich werde gerade invasioniert, weil ich keinen Heimkerknochen benutzen kann. Aber ich hab noch keine Meldung bekommen, dass ich invasioniert werde. Deshalb muss ich jetzt warten, bis diese Meldung kommt, dass die Invasion fehlgeschlagen ist, bis ich den Eid eingehen kann. Äh. Äh. Naja. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Kiste da hinten bei den Pilzen looten und so. Das ist echt ärgerlich. Kann sich das Phantom mal kommen oder verziehen oder oder irgendwas machen. Äh. Ich weiß nicht, ob es eine schlaue Idee ist, zu versuchen, die Kiste zu looten, äh, während die Pilze am Leben sind. Aber ich werde es einfach mal tun. Also hier dieses Gebiet ist das PVP-Gebiet schlechthin. Ähm. 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 Okay, looten, looten, looten. Blaue Glut. Okay, ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr. Aber das ist ganz okay. Also ich jetzt gerade gestorben bin. Da kann ich ja jetzt vielleicht diesen Eid eingehen. Äh. Nochmal sterben sollte ich jetzt nicht. Und die blaue Glut habe ich auch. Also es war quasi, also es war nicht wirklich intended, der Tod, aber, ähm, das ist auf jeden Fall schneller, als es dann gegen die Pilze zu kämpfen und so weiter und so fort. Ich hätte mich vielleicht an das andere Feuer setzen sollen. Das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber naja. Ich bin nicht so eigentlich schlau, wie man merkt. Deswegen muss ich halt jetzt nochmal Fersengeld geben. und der hätte mich fast erwischt. Ah, das ist ja kein Problem. Also wir hatten sowieso keine Seelen da hinten. Und ganz ehrlich, die 20 Menschigkeit, die da liegt. Ich habe mehr Menschigkeit, als ich momentan benutzen kann. Deswegen wäre mir das auch noch Wurst. Äh, wieso greife ich nicht an? Ich habe doch eigentlich, äh, den Angreifknopf gedrückt. Aber naja. Äh, manche Sachen verstehe ich in diesem Spiel immer noch nicht. Stirb. Äh, das ist halt ziemlich sick, äh, seitdem ich dieses Schild benutze, dieses Schwarzritterschild, das ich mir hoch, äh, gelevelt habe, machen die Gegner halt, wenn sie mich treffen, überhaupt keinen Schaden mehr. Also wenn sie auf mein Schild treffen, überhaupt keinen Schaden mehr. Davor haben sie halt teilweise, ähm, richtig viel abgezogen. Mittlerweile ziehen sie halt überhaupt nichts mehr von der Stamina ab, wenn sie, selbst wenn sie mit einer schweren Attacke treffen, ziehen sie nicht mal mehr einen ganzen Balken ab, was halt ziemlich sick ist. Ähm, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir definitiv früher ein gutes Schild geholt und wäre nicht immer mit diesen komischen Schilden rumgelaufen. Ähm, das Blutschild und so hat halt auch alles relativ niedrige Stabilität und da ich jetzt, ja, ich hocke mich mal kurz an das Feuer hier, dass ich dann nicht nochmal laufen muss, falls ich hier nochmal abknippeln sollte, ähm, was ich zwar nicht annehme, ähm, diesmal sollte aber kein Phantom da sein, weil ich nicht mehr menschlich bin. Der Wald hier ist, wie gesagt, PVP-Gebiet Nummer 1. hier gibt es einfach Invasionen wohl am laufenden Band, ähm, das Gebiet hier ist so beliebt, weil, weil sehr viele Spieler eben, ähm, hier diesen Eid brechen für den Ninja Flip-Ring und, äh, deshalb... Was sagst du? Wirst du nicht uns joinen? Oh, ja. Und wenn die Leute halt hier diesen, äh, Eid joinen und dann den Eid brechen, dann kann man hier quasi invasioniert werden von Rachegeistern und teilweise gibt es dann halt hier 3 vs. 1, 2 vs. 1, 2 vs. 2 und super viele Duelle. Jetzt kann ich auch diesen Eid leisten, also ich wurde davor invasioniert, aber man hat das noch nicht gesehen, dass ich invasioniert wurde, was immer ein bisschen seltsam ist. Dann darfst du nicht wieder gehen. Ja, also sind wir hier im Katzen-Eid. Der einzige Vorteil, den wir da doch haben werden, ist, dass wir später einen Vendor bekommen, den wir, ähm, wo wir später noch hingehen werden. Naja, in diesem Part haben wir eigentlich nicht sonderlich viel geschafft. Äh, wobei, ähm, wir haben den Engi freigeschalten. Also ich glaube, dieser, dieser NPC, den wir vorhin freigeschalten haben, heißt Engi oder Engi oder irgendwie sowas. Und ich sollte mich nicht von euch treffen lassen, ihr seid nämlich krasse Beaches. Oh, ich bin schon weg. Lasst mich bloß in Ruhe, Pilzköpfe. Mit denen will man sich nicht anlegen, die hauen nämlich ordentlich zu. Ähm, wo geht's denn wieder zurück? Oh nein. Fängt schon an. Ach nee, ich glaube, da hinten. Da hinten müsste es zurückgehen, oder? Nein. Oh Mann. Ah doch, da, tatsächlich. Natürlich. Natürlich, Le Mans. Da geht's zurück. Dann müssen wir noch schnell mit Shiva sprechen. Und dann, wenn wir mit Shiva geredet haben, dann haben wir alles gemacht, was wir machen müssen hier. Ähm, Sif werde ich mir aufheben für später. So. Er hier steht nämlich hier und er hat hier hinten, das ist quasi sein Bodyguard. mit dem können wir auch reden. Er hat aber nicht sonderlich viel zu sagen. Man kann ihn hier runterkicken, indem man halt hier ihn hier so runterkickt. Mit so einem Kick werden wir aber nicht tun. Ich habe gehört all über Sie. Ich bin Shiva von der East, Captain von der Brigade. Ich werde dir die Basis jetzt, als es keine Zeit zu sprechen in der Mitte der Traitor nicht gibt. Das stimmt übrigens nicht, was er gesagt hat. Wenn man hier diesen Eid bricht, kann man sich freikaufen gegen eine Gebühr bei dem Typen oben im Glockenturm. Habt ihr einen scharfen Augen? Er ist einer der Klan von der Feast wie ich. Sie immer schlafen in den Schäden. Aber er ist ein schwerer. Sie sehen, was ich meine. Okay. Nicht worry, Sie werden Hörner mit dem damit hätten wir das eigentlich geschafft. So, und jetzt ist der hier mein Kumpel. Wenn ich den schlagen würde, dann würde ich das wäre doof. Ja, im nächsten Part und er hier ist jetzt auch unser Kumpel und er hier und eigentlich alle hier, bis wir den Eid später brechen werden. Das werden wir auf jeden Fall tun müssen, leider. Was ein bisschen ärgerlich ist, aber naja, kann man nicht ändern. Und wie gesagt, hier unten ist das PvP-Gebiet schlechthin. Ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass ich in Sands Fortress dann gleich nicht mehr menschlich bin, weil wenn ich da jetzt menschlich wäre in Sands und dann dort PvP machen dürfe und mich dann irgendjemand mit einem dicken Bogen runterschießt oder so, wäre ein bisschen lame. Ja, hm. Was ich ziemlich, was ich an der Sands so komisch finde, ist, die hat eigentlich einen ziemlich coolen R2 Move und zwar den hier, aber der geht eben nur, wenn man die Waffe zweihändig hält und leider, wenn man die Waffe einhändig hält, also so, dann ist das halt der Standard Move, was ein bisschen schade finde, weil der R2 Move der Sands der Zweihändige eben ziemlich cool ist, aber der Einhändige, naja, der ist zwar auch ziemlich stark und relativ schnell und so weiter und ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist oder so, aber es ist nicht wirklich, was ich mir vorgestellt habe, leider. Ich muss die Sands irgendwann mal austauschen gegen eine geilere Waffe, glaube ich. Ich weiß leider nicht auch immer. Ich habe vor, mir später ein paar andere Waffen hochzurüsten, wenn wir dazu kommen. Ich werde wahrscheinlich ein paar Titanit Slabs farmen. Das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, dass die Dark Raids mit einem Parry dann noch sterben werden. Dazu später alles. Ja, wir haben viel Zeug erfahren in diesem Part und also viel Story vor allem. Fast nur Story, wenn man mal drüber nachdenkt. Wir haben erfahren eine Menge zumindest. Es wird nicht sein. Ich bin afraid. Ich bin mittlerweile mit der Rüstung, die ich anhabe, eigentlich ziemlich zufrieden. Ich brauche später noch ein paar graue Brocken für die Schuhe, aber das werden wir schon noch alles bekommen. Ich könnte auch da fällt mir eigentlich ein für die Schuhe, die wiegen sieben Kilo. Da könnte ich eigentlich auch nicht die Steingamaschen, sondern die hier anziehen. Aber die sehen halt ziemlich hässlich aus, deswegen lassen wir das. Aber man könnte es machen. Ach ne, nicht Gausengamaschen, sondern die da wollte ich haben. Kann ich jetzt noch rollen? Also ja, ich kann noch mitrollen. naja, ich kann noch mitrollen. Dann werden wir die anziehen, die sind nämlich unupgradet definitiv besser. Und die kann man ja nicht upgraden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die sind definitiv besser als die anderen Teile. deswegen ist schon gut wie wie gesagt, ich würde sagen, nächstes Mal machen wir uns auf in Zens Fortress. Dort dürfen wir Siegmeyer nicht verpassen, sonst gibt es wenig zu beachten, außer dass wir nicht hundertmal sterben, sonst wird das für euch lustig, aber für mich nicht sonderlich. Damit würde ich mich verabschieden und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.